Heute mal ein bisschen wandermäßig unterwegs. Auf irgendeinem Hügel steht hier irgendeine Madonna-Statue. Ich habe keine Ahnung. Nee, nicht die Sängerin. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Holgi unterwegs. Ich bin im hohen Norden unterwegs, in Norwegen, um ganz genau zu sein. Und ich nehme euch mit auf meiner Reise durch Fjorde, Tunnel, Berge, Seen, Wälder, das ganze Programm. Viel Spaß und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hier geht es gut. Steil bergab. Unten zu dem See. Guck mal, hier ist man hier so, ne? Rausch sind. Das kommt, glaube ich, auf der Kamera gar nicht so rüber. Das geht hier schon ganz schön runter. Jetzt latscht man den ganzen Weg wieder zurück. Guten Morgen. Am Wochenende haben wir uns jetzt mal einen Campingplatz gegönnt. Heute ist Sonntag und lustigerweise verschwinden jetzt nach und nach die ganzen Wohnmobile. Ich glaube, wir sind hier bald allein. Mal gucken. Ja, ansonsten echt schön mit See und so. Da werden wir nachher nochmal gucken, ob unser Boot ins Wasser kann. So, zehn Minuten nach zwölf. Boot ist zusammengebaut. Und plötzlich gehört der ganze Campingplatz uns allein. Gut, ist nicht ganz warm. Um die Ecke stehen noch ein paar. Aber wir haben jetzt hier ein kleines Fußballfeld, auf dem wir spielen könnten. Hier rattert unser kleiner Minimotor. Also, da drin kannst du damit nicht fahren, ne? Aber man kommt vorwärts und muss nicht rudern. Problematisch wird es, wenn die Batterie alle geht. Aber die habe ich über Nacht extra nochmal aufgeladen. Ich gehe mal davon aus, dass die da weiter hilft. Ja, Wasser ist erstaunlich warm. Nicht kalt, sagen wir es mal so. Es ist nicht super kalt. Aber das ist angenehm. Ich würde mal so tippen auf 18 Grad bestimmt. Ja? Ja, klar. Ich bin jetzt hier in Kongsberg, doch ein sehr viel größeres Städtchen, als ich gedacht hatte. Er hat im 17. und 18. Jahrhundert ordentlich Kohle gemacht durch ein Silbereisenbergwerk und haben hier richtig, ja, teilweise die halben Staatskosten von Norwegen damit finanziert. Viele deutsche Bergarbeiter sind damals hierher gekommen und haben sozusagen das Handwerk nach Norwegen mitgebracht, wenn ich das richtig verstanden habe. Sehr spannend. Jetzt gucken wir uns gleich mal dieses Bergwerk an oder zumindest ein Museum dazu. Ich glaube, das Bergwerk selber ist gar nicht mehr vorhanden oder betretbar, was auch immer, aber ein Museum. Und im nächsten Jahr wird Kongsberg tatsächlich 400 Jahre alt und es finden sich bereits jetzt überall Hinweise dafür, so zum Beispiel auch hier. Wenn dann mal eben auf einem Haus die 1624 steht. Und auch am Ortseingang wurde bereits darauf hingewiesen, dass es demnächst ein 400-jähriges Jubiläum gibt. Was diese Glaskirche oder Spiegelkirche zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Steht hier am Fluss. Ist auch nirgendwo ein Schild. Mal gucken, ob wir das noch rausfinden. Ich glaube, das muss nicht übersetzt werden. Was sagst du? Mit Ruhe voll mit Silberbarren. Okay, das Originalbergwerk so ist nicht zu besuchen oder zumindest wissen wir nicht wieder wo. Aber sie haben tatsächlich ein Bergwerk nachgebaut, dass du tatsächlich von unten die Treppe hochkrabbeln musst. Und versuchen sozusagen den Eindruck eines Bergwerks zu schaffen. Mit allem, was dazugehört. Das ist ja echt nett gemacht. Und sogar in einem Essensraum. Hier schön mit Bänkchen. Das ist ja echt sweet gemacht. Und dann muss man hier wieder runterkrabbeln. Halleluja. Tatsächlich haben sie sehr viele Bergleute aus Sachsen geholt. 15.39 Uhr. Und wenn ich mir so angucke, das ist ja fast die Tour, die ich gemacht habe, um nach Dauwegen zu kommen. Naja, nicht ganz lustig. 15.39 Uhr wurde angefangen Silber abzubauen, aber die Bauern fanden das überhaupt nicht lustig und haben die Bergleute verjagt. Der König fand das hierherum nicht lustig und hat deswegen seine Armee geschickt, um den Aufstand niederzuschlagen. Und das Gruselige war dann, dass sechs der Anführer sozusagen direkt hingerichtet wurden. Beziehungsweise fünf hingerichtet wurden und der sechste musste vollstrecken. Das haben sie hier sehr interessant nachgestellt. Guten Morgen. Armer Bursche. Scheibe. Scheibe. Chargerire. Und noch eine Stabkirche, unwesentlich größer, unwesentlich mehr Besucher, unwesentlich größerer Friedhof. Auf der Suche nach dem nächsten Stellplatz. Heute ist übrigens Montag bereits. Ich habe keine Ahnung, wie viele Tage wir mittlerweile weg sind. Es ist wirklich verrückt, also dieses durch Norwegen fahren und immer an verschiedenen Orten und hin und her. Man verliert komplett die Übersicht, welcher Tag, welche Uhrzeit. Hinzu kommt auch noch diese permanente Helligkeit. Ja, also ich bin gestern um 1.50 Uhr wach geworden heute Nacht. Und es war Tag hell. Naja, nicht Tag hell, aber es war hell. Okay, lange Rede, wenn ich es hin. Wir stehen jetzt hier, quasi mitten im Wald. Hier ist ein Weg. Ab und zu kommt hier nochmal ein Auto vorbei, habe ich den Eindruck. Guck mal, da stehen wir. In so einer Einbuchtung gegenüber einem Wanderweg offensichtlich. Da hinten ist die Hauptstraße. 200 Meter von hier vielleicht. Und über uns Bäume. Solange kein Strom kommt und die Bäume aufs Auto krachen, ist alles gut. Mal gucken, wie die Nacht wird. Zum Abendbrot gibt es heute Blumenkohl mit Kartoffeln. Einfach, ja, relativ schlicht zubereitet. Auch gekocht, gegessen. Fertig ist der Lack. Kartoffelchen sind schon mal auf dem heißen Topf. Herd, Dingsbums. Wenn ihr euch fragen solltet, warum zum Kuckuck so viele Kartoffeln. Erstens mal mussten sie weg. Und zweitens mal können wir daraus ja noch schön Bratkartoffeln in den nächsten Tagen machen. Blumenkohl braut jetzt noch ein Momentchen, bis die Kartoffeln erstmal schön kochen. Und dann können wir da ran. Und gut ist. So, siehst du wohl, ganz schlicht. Bisschen Butter drauf zerlaufen lassen. Ach, herrlich. Ne? So, guten Appetit. Sitzt ihr ja heute hier im Wald? Es regnet. Glaubt ihr, hier ist irgendein Viech unterwegs? Nicht mal ein Karnickel. Ich rede ja gar nicht von Elchen. Aber wenigstens mal ein Karnickel könnte doch hier langlaufen. Nix. Kein Reh. Keine Maus. Kein Fuchs. Nix. Tot. Dieser Wald ist tot. Gibt's doch gar nicht. Nur Bäume. Tja. Gute Nacht. Eine Sache wollte ich noch zeigen, die haben wir nämlich extra gemacht für diese Fahrt. Nachdem wir im letzten Mal ausgemessen haben, haben wir im Badezimmer kleine Täschchen für die Kosmetik und so weiter. Genäht. Also nicht wir. Die Gattin. Und damit das hier nicht alles so durcheinander fliegt. Das sind also einzelne Utensilos, wie man so schön professionell sagt. Und da liegt das alles drin. Passt genau rein. Von der Größe her, von der Länge her. Und man hat das ein bisschen geordneter. Mega, oder? Sensationell. Guten Morgen am Tag. Keine Ahnung, steht unten eingeblendet. Ja, wir haben unseren Platz im Wald noch nicht verlassen. Und ich gehe jetzt hier nochmal eine Runde wandern und gucken, wo wir hier überhaupt sind. Es rauscht irgendwo hinten. Kann sein, dass da nochmal ein Bach oder sogar ein Wasserfall ist. Mal gucken. Bin wieder gespannt. Auf jeden Fall ist es wirklich sehr hübsch hier. Sehr ruhig. Nach 19 Uhr kam hier kein einziges Auto mehr vorbei. Gut, ich wandere mal los. Mal gucken, was wir so finden. Ach, Wald ist doch was Tolles. Hier, guck doch mal. Alles moosbewachsen. Das sieht hier aus. Und gleich bewegen sich die Steine und die Trolle kommen raus. Und da hinten rauscht es schon. Ich denke, ihr hört es. Wir sind also tatsächlich an irgendeinem Wasserfall. Das gucke ich mir jetzt gleich mal an. Ich gucke sie mal einer an. Ach, was für eine Landschaft. Steine sind ein bisschen rutschig. Ich will aufpassen. Ich will aufpassen. Ich will aufpassen. Die Steine sind ein bisschen rutschig. Ach, würde ich es rutschig. Die Steine sind wieder verletzt. Das gucke ich mir jetzt mal. Ich würde aufpassen. EsFora ist die Steine. Und das ist so wie die Teine sind. Okay, das hat jetzt ein bisschen was schon Walking Dead oder The Last of Us. Verlassener Wohnwagen im Nirgendwo, okay, das ist wirklich gruselig. Ein Riesending. Echt schade drum. Gruselig, absolut gruselig. Ich bin jetzt in Drangedal gelandet. Da gibt es einen sogenannten Bückdetun. Das ist so eine Art ländlicher Hof. Das sind so offensichtlich alte Häuser, so haben die Menschen früher hier gelebt. Da ist der Kuckuck in dem Dreh. Das Lustige allerdings ist, dass an dieser Stelle auch ein extra ausgeschildeter Stellplatz für Wohnmobile ist. Und so sieht das hier aus. Das ist der Stellplatz für Wohnmobile. Ich meine, immerhin Strom, Wasser. Aber dass hier keiner ist, wundert mich nicht, weil da drüben ist irgend so ein Fußballstadion oder irgendwas. Es ist wirklich unattraktiv ohne Ende. Und auch die Stadt selber, Drangedal. Das sah ganz schön traurig alles aus. Also wenn da nicht die beiden Supermärkte gewesen wären, wäre das irgendwie ganz schön komisch. Und ganz ehrlich, Freunde, 200 Kronen abdrücken für das hier. Ich meine, der Blick ist ganz nett, ne? Aber das ist doch... Ist das ein Schießstand? Ist das ein Schießstand? Na gut, hier stehen dann lauter alte Sachen rum. Eine alte Kutsche. Alter Ofen, Herd. Alter Flitten. Das ist schon ganz nice, ne? Aber trotzdem. Ich will hier doch nicht stehen. Hier ist noch eine halbe Schule. Da sind auch Schulbänke. Guck, wer ist hinten fast? Ja, aber du, es gibt wenigstens Strom, ne? Und wir wären wahrscheinlich die Einzigen, die hier sitzen. Also so schlimm ist es gar nicht. Aber wenn man dann hier so hinguckt... Eieieiei... Aber es ist alles... Es ist kein alter Scheiß, ne? Also es ist schon alles in Ordnung. Und wenn man hier so guckt, ist ja ganz hübsch. Na ja. Genau, da haben wir es jetzt. Das ist eine ganze Anlage irgendwie von unterschiedlichen Häusern. So, hier ist das Eingangstor. Wir laufen natürlich ganz artig durchs Eingangstor. Übrigens Saison erst ab Juli. Juli und August, völlig nur im Sommer. Deswegen ist hier jetzt nichts. Aber man kann sich die mal gucken. Wie gesagt, das haben wir in verschiedenen Orten schon gesehen. Und diese Scheuten zum Beispiel, die ist gar nicht ursprünglich hier gebaut worden, sondern ein paar Kilometer in einem Vorort von Drang-e-Dal. Auf einer Farm im Jahre 1770 ungefähr. Steht dran. Haben sie abgebaut, hier wieder hingebaut. Und wenn ich das alles richtig verstehe, stellt das im Grunde so ein bisschen die Dorfstruktur eines alten norwegischen Dorfes dar. Gut, natürlich gab es da keine Zelte. Aber wenn man hier guckt, da kann man schon erahnen, wie das vielleicht vor Urzeiten war. Und auch hier, ur-altes Haus ungefähr aus dem Jahr 1700. Ist 1968 hier in dieses, ich nenne es mal Museumsdorf gekommen. Ich finde es ja so spannend, diese Stelzenkonstruktion, wie diese Häuser tatsächlich auf Stelzen stehen. Das haben wir auch ganz oft an den Straßen gesehen. Gerade im Bereich von Wasser und Felsen und alles wird sowas gerne mal auf Stelzen gebaut. Und wenn man überlegt, dass dieses Haus über 300 Jahre alt ist, nicht schlecht. Sinn und Zweck dieses Hauses war nichts anderes als ein Lagerhaus für Essen, für Gerätschaften, für was auch immer. Ein Lagerhaus. Auch hier dieses mit Moos und anderen Pflanzen bewachsene Dach, sensationell. Gucken wir da mal hier. Ah, ein Badehaus, eine Sauna. Aus dem Jahr 1850. Ein Badehaus. Oh, da kann man oben reingucken. Ja, so wie eine Sauna heute auch noch aussieht. So, das ist hier eine Molkerei von 1870. Mit Fenster von innen, von außen kann man gucken. Tatsächlich mit einem Raum für die Person, die hier gearbeitet hat. Und vorne halt der Raum um, oder hinten je nachdem, die Milch, Butter und den Käse zu lagern. Die Molkerei von 1870 hat auch ein Holzhaus. Ebenfalls auf Stelzen. Weil es von unten dann einfach zu feucht wäre. Und es würde einfach wegfaulen. Und wenn man sich überlegt, dass das hier 150 Jahre alt ist. Bombe. Und gerade eben fragte ich mich noch, warum es eigentlich schade keine Wohnhäuser gibt. Das ist es gebaut im Mitte des 18. Jahrhunderts. Also 750 ungefähr rum. Hat hier tatsächlich eine Familie mit mehreren Kindern drin gewohnt. Und das über viele Generationen lang. Die letzten tatsächlich dauerhaften Einwohner. Ende des 19. Jahrhunderts. 1879, wenn ich mich jetzt glaube ich richtig erinnere. Was ich da gerade gelesen habe. Also das mit Veranda. Ein Wohnhaus. Klassisches Wohnhaus. Aus dieser Zeit. Gucken, ob man hier ins Fenster schauen kann. Und man kann. Tja. Was ihr mal sehen könnt. Da hinten der große Ofen. Bett. Babybett. Hier vorne ein Tisch. Mit Bank. Und mutmaßlich oben. Weitere Möglichkeiten zu schlafen. Hier ein weiteres Wohnhaus. Man möchte meinen. Gebaut 1800 ungefähr. Man möchte meinen. Juhu. Das ist schon mal eine ordentliche Hausnummer. Wenn man dann allerdings bedingt, dass bis zu drei Familien gleichzeitig hier drin gewohnt haben. Ist es dann plötzlich doch nicht mehr so riesig groß. Bewohnt von tatsächlich Holzfällern und anderen Handwerkern. War das dann doch ein ziemlich prächtiges Haus. Und noch hier haben wir einen Pferdestall aus dem Jahr 1900. Und so weiter und so weiter. Also. Tolle Sache. Unbedingt sehenswert sich das mal anzuschauen. Aber wie gesagt gibt es mehrfach in Norwegen solche Zusammenstellungen von Gebäuden. Wenn ihr also mal hier seid, guckt euch das an. Deine Cornelnus. Bis zum nächsten Mal.